Ja, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Nummer 13 aus dem Mikrokosmos von Bela Bartok, aus dem ersten Band. Und dieses Stück heißt auch Lagenwechsel, so hat Bartok es überschrieben. Es geht also darum, exemplarisch zu zeigen, wie man beim Klavierspiel die Handlage innerhalb eines Stückes wechselt. Wieder zurückkommt zur Alten. Also die Hand zu versetzen, nicht in der Fünf-Finger-Lage zu verharren, wie wir das bei den vorhergehenden Stücken immer gemacht haben. Ich zeige euch heute die linke und rechte Hand getrennt und im nächsten Video zeige ich euch, wie das Stück dann mit beiden Händen gleichzeitig gespielt funktioniert. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich blende oben mal die Noten ein. Wenn ihr die rechte Hand seht, der Daumen auf dem C. Eigentlich eine ganz, ganz bekannte Handlage jetzt. Die haben wir schon ganz häufig gehabt. Erster Finger auf C. Der fünfte Finger dann auf dem G. Ich habe die Töne hier auf meiner Tastatur wieder farbig gemacht. Wahrscheinlich braucht ihr das mittlerweile gar nicht mehr, aber ich habe es jetzt einfach doch nochmal so gemacht. Das schade jetzt ja gerade nicht. Wobei ich die Farbe in den Noten jetzt schon anfange wegzulassen. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so ganz entscheidend. Das C und das G wenigstens im Geigenschlüssel, das habt ihr euch sicherlich gemerkt. Und in der C-Lage im Bassschlüssel ist es ja auch nicht mehr ganz so schwierig jetzt in der kleinen Oktave. Ja, dann spiele ich euch mal die rechte Hand vor, wie sie da steht. Und den Daumen lege ich auf das C1. Ja, eine Handlage, die wir jetzt schon ganz häufig gehabt haben. In der Mitte, vom Mittel C aus nach oben. Dreier Takt, drei Viertel in jedem Takt. Und ich spiele es euch mal so vor. Jetzt lösen. Jetzt schildere ich eine rote 1 in meinen Noten, in meiner Ausgabe. Das ist in der Originalausgabe natürlich nicht so schön beschrieben. Aber in meiner Ausgabe ist das schon extra so für meine Tutorials und zum Lernen jetzt schon angeglichen. Also die rote 1 soll bedeuten, den ersten Finger jetzt versetzen auf das G, auf die Note, die da steht. Das heißt, wir rücken mit dem Daumen vom C auf das G hoch. Da waren wir vorher in der C-Lage. Und jetzt kommt sozusagen die G-Lage. Erster Finger, spiel weiter. Das ist dann schon der Lagenwechsel. Hier ist kein Wechsel. Jetzt kommen wir auf dem vierten. Ich schlage ihn nochmal an, damit man das auch sieht. Auf dem C angekommen mit dem vierten Finger. Hier steht die rote 5. Das heißt, wir müssen wieder auf das G1 zurück. Aber diesmal mit dem fünften Finger. Also runterrutschen. Ich zeichne mit dem Weg. Da war das C. Ja, manchmal ist das Papier im Weg. Da ist das C, vierter Finger. Und dann runterrutschen auf. Könntest du natürlich das G auch mit dem Daumen spielen. Aber dann könnt ihr das Stück nicht weiterspielen. Dann hängt man hier feste. Also ist der Lagenwechsel da durchaus sinnvoll. Runtergehen mit dem fünften Finger. Und da geht es weiter in der C-Lage. Nur der fünfte fängt an. Und am Schluss sind wir wieder in der C-Lage mit dem ersten Finger. Beginnend. Es gibt also zwei Stellen in dem Stück, in dem ihr die Handstellung versetzt. Die man nicht einfach in der C-Lage verharrt. Wie man das aus den allerersten Stücken noch kennt. in einer Handstellung bleiben. Sondern da ist der Versatz drin. Das forciert natürlich ein bisschen das Notenlesen. Man muss dann schon sehr schnell vorauslesen. Und wissen, zack, da kommt der Ton. Den kann ich in dieser Handstellung nicht erreichen. Aber da steht ja eine Zahl drüber. Also nehme ich den Finger auf diesem Ton. Dafür muss man den Ton natürlich relativ schnell lesen können. Andererseits kann man es auch einüben. So wie man ja alles letztendlich einstudiert und einübt. So kann man auch sowas wieder lesen. Vieles läuft dann auch über das Gedächtnis später. Wie bei jedem anderen Stück auch. Trotzdem kann man da jetzt mal ganz piano sozusagen erst mal drangehen. Und da erst mal ein Gefühl zu kriegen. Ich spiele einfach nochmal die rechte Hand vor zum Üben. Damit ihr das wieder seht. 1, 2, 1, 2, Pause versetzen. Ich mache es mal ganz deutlich so. Den Versatz. 1, 2, 1, 2, 3 bleiben. 1, 2, 1, 2, 3 versetzen. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3 Schläge am Schluss. Diese kleinen rückwischen Sachen sind euch ja jetzt schon geläufig mit halben, viertel, viertel Pause. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so das Schwierige. Natürlich am Anfang, wenn ihr da Zeit braucht für den Lagenwechsel, könnt ihr den Rhythmus nicht so streng durchziehen. Dann spielt es also erst mal da, wo ihr den Rhythmus machen könnt. Wie hier zum Beispiel. Jetzt erst mal überlegen, wenn man noch überlegen muss. Das ist ein G und dann mit dem ersten Finger. Auch die Taste ruhig erst mal unten lassen, das C. Nicht die Pause spielen, sondern erst mal die Taste lassen. So, mit dem Daumen. Der Daumen, das ist ja, den habe ich ja gerade schon. Und jetzt mit dem ersten Finger nach oben gehen auf das G. Dass man nicht die Handlage völlig verliert. Weil viele machen so. Ah, jetzt muss ich ja loslassen. Dann lassen sie los. Und dann, äh, ja, wo soll ich denn jetzt? Dann ist irgendwie alles durcheinander. Also, wenn ihr da oben gespielt habt, ruhig bleiben. Und dann in Ruhe lesen. G, fünfter Finger, wo ist das G? Ah, das müsste dieses sein. Genau, gehe ich da mit dem fünften hin. Ganz normale C-Lage am Schluss. Ja, das wäre die rechte Hand. Und in der linken Hand wird an den selben Stellen im Stück versetzt. Aber die linke Hand wird etwas anders versetzt. Das kommt jetzt noch dazu. Es ist nicht einfach nur eine Parallelverschiebung. Dass man jetzt sagen würde, so, jetzt gehe ich nach oben und... Nein, er macht es noch ein bisschen. Er macht es gleich in der Gegenbewegung. Ihr werdet es nachher sehen, wenn ihr das Stück dann mit beiden Händen zusammenspielt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die linke Hand alleine. Ganz, ganz, ganz sachlich. Erstmal bei der linken Hand bleiben. Also, auf dem kleinen C geht es los. Mit dem fünften Finger. C-Lage, eine Oktave tiefer. Hier ist dann die rechte. C-Dur. Und da ist C-Dur in der linken. Also ganz, auch wie es jetzt schon bekannt ist, mit der C-Lage in der kleinen Oktave. In der kleinen Oktave. Fünfter Finger beginnt. Durchaus im Parallelspiel. So, jetzt erst auch wieder schauen. Fünf versetzen. Jetzt muss man sich gemerkt haben, die unterste Linie in der linken Hand, im Bassschlüssel, ist ein G. Da. Und zwar das große G. Du bist mit dem fünften Finger hier auf dem kleinen C. Und jetzt müsst ihr mit dem fünften Finger aufs große G. Und dann geht es in dieser G-Lage weiter. Und jetzt wieder schauen. Ruhig Zeit nehmen an den Stellen. Erster Finger, rote Zahl. Und jetzt muss man wissen, da oben, diese Note, die jetzt kommt, ist ein G. Wir sind also wieder in der C-Lage angekommen. Und am Schluss spielt man auch wieder parallel. Ja, ich spiele euch die linke Hand nochmal vor, vielleicht ein bisschen rhythmischer, damit man auch das ins Gehör kriegt, wie es nachher, wenn man quasi sicherer ist mit den Tönen, mit den Handlagen, die dann schneller findet, dass man dann auch den Rhythmus schöner umsetzen kann. Ich spiele das einmal vor nochmal. Links, C-Lage wieder in der kleinen Oktave. Ein, zwei, ein, zwei, Pause. Ist ja ganz lieb, dass er überhaupt die Pausen dahin geschrieben hat. Pause, aber kein Handlagenwechsel. Zwei, Pause. Jetzt nach oben gehen, aufs G da oben. Zwei, drei und wieder bleiben. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ja, so ist es eigentlich schon ein ganz schöner Ansatz. Ich glaube, wenn ihr das so euch klar macht und bewusst übt, dann ist das Stück gar nicht mehr so kompliziert. Eigentlich habt ihr jetzt schon die Grundlagen für dieses Stück und da habt ihr jetzt, würde ich schon sagen, fast schon Schwierigeres gespielt. Also wenn man jetzt mal die Handlage abzieht, diesen Hand den Lagenwechsel abzieht bei der Nummer 13, ist es gar nicht so komplex, weil es auch vom Notenlesen nicht so schwierig ist, in der C-Lage. Es kommt nachher so ein Stück mit Lagenwechsel, wo dann auch schwarze Tasten dabei sind. Dann wird es nochmal so ein bisschen gemeiner. Aber so, das kann man erstmal ganz schön lernen. Trotzdem, damit das Video jetzt nicht so lang wird, mache ich im nächsten Video dann mit dem Zusammenspiel weiter. Ja, schön. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020